Wir spielen heute die erste Mission, leider solo, ohne den Stevie, alleine in Outlast Trials. Kill the Snitch, and I'll let you out. Infalitiere die... ja, okay. Unsere Wahrheit. Okay, okay. Unsere Gerechtigkeit. Ja, ist klar. Okay, die ist abgeschlossen. Ey, der hat eine Waffe. Gib mir die... Scheiße, gib mir nicht die Waffe. So ein bisschen Angst vor dir. Geh mal weg. Was ist das denn hier? Loy, wer bist du denn? Wer ist der denn? Was macht der Nackte da hinten? Okay, wait. Du hast erstmal Heilung. Heilung ist, glaube ich, wichtig. Hm. Was ist denn dein Problem? Nein, 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 nein. Nein, lass mich... Block die jetzt. Block die. Oh Gott, ich krieg einen auf die Fresse. Warum ist denn hier gleich schon jemand? Oh Gott. Hallo? Okay, ich bin tot. Das lief aber... gar nicht so gut. Zurück zur Therapie? Was? Du bist zurückgekehrt. Alles, was du bei dir hattest, liegt dort, wo du gestorben bist. What the fuck? Oh, okay, komm. Was? Was? Ich... Geh mich gar nichts an. Was? Reiche den Sicherheitsraum um... Was für ein Sicherheitsraum? Nimm mal mit hier. Oh. Damit kannst du fein ihn niederschlagen. Das ist natürlich geil. Das nenne ich... Nice. Wenn ich die jetzt aber auf... breche... bin ich ja laut. Und ich muss da hin. Wie komme ich da hin? Verstecken? Ich kann mich hier verstecken. Warum habe ich das vorhin nicht gesehen? Ich wollte nur versuchen! What the fuck? Tür fallen. Rotes Licht. Das ist okay für mich. Du kannst ruhig da bleiben. Das ist alles cool für mich. Das ist... Ja. Ja. Okay. Muss ich doch jetzt hier durch? Oh Gott. Was ist das hier? Warum raust du aus dem Hals? Also. Ich sehe auch... Auf... Was? Tietrig. Okay. Okay. Siegestein. Okay. Ich bin ein bisschen... Ich hätte hier auch anders reinkommen können. Jetzt ernsthaft? Ich will auch nur da hinten hin. Was ist denn? Warum? Also. Also. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Everybody hits me! Loi! Wer ist... Was? Okay. Okay. Oh. Ist ja gar nicht. Also. Oh! 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 Es muss noch mehr sein, von der Krise. Du kannst immer mehr von uns sein. Okay. 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 Ich versteck mich erstmal. Ich werde mal ein paar rausziehen. Was? Das wäre ein guter Sound, oder? Was? Es ist so dunkel! 257? Warum? Ja! Okay, ist weg. Ist mir egal. Er ist weg. Wir sind im Security Room. Also, weiß. Hey! Ich muss mal ne Geräusche machen. Okay, der Typ ist anscheinend da noch drin. Oh! Vertraue in was? Verhört ihr den Verräter? Glaube bedeutet Wahrheit. Was? Unsere Wahrheit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Unsere gerecht... Alter, ihr labert aus dem Blözel. Aber hier bin ich doch jetzt... ne? Ja! Wir haben die ganzen Law für hier. Wir haben die ganze Law für hier! Wir haben die ganze Law für hier! Der Jahr! Äh, what? Also, ich weiß ja nicht. Ich nehme die Batterie mit. Oh Gott, ich, ähm, ja, wunderbar. Äh, äh, wie nehme ich das mit? Was ich zeigen? Ich hab, oh Gott, ich kann nicht reden. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Hey, brüll nicht hier so rum. Oh Gott, Quicktime-Event? Oh Gott, Stevie, das ist ja gar nichts für uns. Oh Gott, ich kann nicht raus, jetzt. Reiche den Verräter, haben wir. Please, please let me out. Was jetzt? Schiebe, ja, genau, schieb den Verräter. Macht ja auch gar keinen Lärm. Kannst du bitte deine Schnauze halten? Ich weiß nicht, was ich denke. Ah, schieb den Verräter. Schieb den Verräter. Ich trage alles, was ich weiß. Oh, 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 oh. Starte die Generatorne im Keller? Klar. Wo ist denn jetzt der Keller? Ich brauche Hilfe. Underground Parking. Hm, 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 der Keller ist immer unten. Ja, ja, da hast du gar nicht so unrecht. Black-Bore-Snack. Also ich bin hier komplett im Sneak-Modus, ne? Also ihr könnt hier, also wenn ihr glaubt, dass ich das hier, dass ich das, äh, nicht im Sneak-Modus mache, dann habt ihr euch komplett geschnitten. Oh, ihr, ihr seid schlecht. Ich hab, 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 geh weg. Wir haben ja noch eine Batterie, die nehmen wir mit. Wie, wie, wie hab ich denn eigentlich drinnen? Ja, komm, komm, wir behalten die erst mal. Jetzt hilft die mir auch noch. Okay, wer ist hier? Ist hier irgendwas? Okay, scheiß drauf. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen einfach ganz easy-pie-pie-pie. Okay. Easy-pie-pie, sie gehen einfach hier runter. Das sah gerade nicht so gut aus für den Typen, der da im Auto saß, lag. Also, die Kabel waren halt, ne, irgendwo anders. Da gehören sie glaube ich nicht hin. Scheiße. Hallo? Okay, kann ich mich verstecken? Aber hier unten ist ja bestimmt noch keiner, ne? Also, hier, hier ist, hier, hier sind wir auf jeden Fall safe, oder? Also, hier, hier... Das ist immer safe-safe-erino, oder? Alter! Sein Ernst? Ey Blackwarsnake, sowas will ich nicht gerne lesen, viel zu viel Heilung, das geht bestimmt gleich ab. Nein. Einfach nein. Ich starte den Generator und keller 0 von 2, sind es jetzt 2 Generatoren, die ich starten muss? Okay. Danger, Generator Room, ah okay, 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 hier ist der Generator, smooth Generator, smooth Generator, was, Schaltkreise auf beiden Seiten fixen. Was? 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 Was ist denn mit ihm nicht? Was stimmt denn mit ihm nicht? Also hör doch auf, mach doch, also, what the ffff? Hä? It's too m- wf, how ? it's too fish, how不行? Ich habe keine Warte drin. Fuck So, ich hab den doch jetzt aber angemacht Was ist denn jetzt? Teilkreise auf beiden Seiten Auf der anderen Seite auch noch, oder was? Mh Jetzt aber, oder? Kurbeln? Willst du mich jetzt... Achso Ich seh nichts, ich hab keine Ahnung What the fuck Ich hab erst eingestartet Ich muss zwei starten Und meine Batterien da oben sind schon leer Ich seh's ja, was ist denn Ja, ja, Akku leer gleich Ist toll Ich freu mich Energiesparmodus Jawoll Da lacht mein Herz Doch, ist doch Ist ja... Ich freu mich Ich... Wo ist denn der zweite Generator? Hier we go Hallo? Hallo? Ist man da? Also bitte nicht. Was piept denn hier so? Mensch, hat das Akku? Oder was ist... Da hinten ist auch hier. Hey, lass mich doch mal hier wieder zurück. Oh, Panik. Ey, so ohne Batterien... Gar nicht gut. Wir nehmen mal hier so ein Steinchen mit. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Achso. Das ist, äh, toll. Leck mich am Arsch, ey. So, okay. Und wo ist der zweite Generator? Ich sehe nichts. Ey, wirklich. Es ist... Duster S. Äh, fucko mako. Entschuldigung, meine Wortwahl. Aber es ist halt einfach verdammt dunkel. Ich sehe wirklich nichts. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ja, dann halt nicht. Auf rum zu... ...machen hier. Es ist zu viel. Ja, es ist zu viel. Auch für mich gerade. Also für uns beide. Ja, das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Oh mein Gott. Oh. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist zu viel. So, hier steht nochmal Generator. Jetzt... Oh Gott, wir sind in den Dusch. So, wait. Das sieht sehr aus wie eine Falle. Oder? Kann ich noch irgendwie anders da rein? Gibt's da... Möglichkeiten? Ich dachte, das wäre eine Batterie. Oh Gott. Hier ist nochmal ein Benzinkanister. Bin ich hier safe? Ich würde sagen, nein. Okay. Muss ich jetzt wirklich die Falle auslösen? Nee, ne? Also ich kann doch bestimmt... Also es muss doch eine Möglichkeit geben. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Er hat... No, 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 no. I'm not too old. Oh Gott. I'm not too old. We are not too old. Still on the job? Good money all around. Wo ist das denn der Himmel? Laber doch kein Blödsinn. Junge. Ist er weg? Okay, hier scheint ein Generator zu sein. Smooth Generator. Ich würde mich über eine Batterie freuen. Warte mal, bevor wir uns jetzt irgendwo hierhin chillen. Ist das ein Hundi? Okay, das ist ein Hundi, der ist nicht so freundlich. Da ist eine Batterie. Nein, schimm doch die Batterie. Nein, ist noch eine Batterie. Hey, 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 hey. Gleich aufladen, ist mir scheißegal. Wir laden die gleich auf. Okay, aber hier hätten wir ein Versteck. Okay, cool, 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 cool. Da ist auch nochmal ein Versteck. Okay, komm. Let's do it. Und... Nummer zwei. Okay, war zu viel. Sorry. Okay, cool, 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 cool. Burbeln. Also wir gehen jetzt erstmal auf, wir verstecken uns. Das ist mir... Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass der gleich der andere Kollege kommt mit dem Taser und sagt, ich möchte dich. Die machen jetzt aber... Hey, 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 kurze Frage. Die machen jetzt aber nicht irgendwelche Verstecker auf, ne? Also nicht, dass der jetzt hier irgendwie sagt, so aus Jux und Dollerei, ich gucke jetzt mal jeden Spind oder so rein, oder? Also. Nee? Was hast du hier noch? Was ist das? Aufheben. Was bist du denn? Okay, du wusstest. Anja Lin, gib dir für eine begrenzte Zeit einen Geschwindigkeitsschub. Okay. Ist da noch eine Batterie drinne? Oh ja. Was war das denn jetzt? Ey, jetzt sind solche Dinger auch noch... Fallen? Ernsthaft? So, nimm die Adrenalinspritze wieder mit. Was war das denn? Ich war das denn? Oh, nein. Oh, nein. Also, da ist die Adrenalin. Ich war das. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Weißt du, wo ich Loot-Gaia mäßig ramble und dann macht's... Also ich wiederhole mich echt nur ungerne, aber warum spiele ich das alleine? Warum ist... Da ist ne Batterie. Ne, ich weiß nicht, ob ich dieses Adrenalin... Warte mal, was ist hier drinne? Okay, keine Ahnung. Und was ist mit ihm? Er macht ein Nickerchen oder was? Er macht ein bisschen Bubu? Heie heie. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, also ich würde die Batterie gerne mitnehmen, aber ich... Ach komm, scheiß drauf, wir heilen uns einfach, weil wir haben ja schon ein bisschen was abbekommen. So, Batterie mitnehmen. Was ist da drinne? Noch ne Batterie? Was ist das? Ist das auch ne Batterie? Eine große Batterie. Vollständig auf. Na, das ist natürlich... Das ist... Da seh ich mich. Okay, cool. So, wir gehen jetzt... wieder zurück. Wo geht's... Wo ging's denn nochmal zurück? Scheiße. Irgendwo Exit ist. Oh, warte mal. Hier komme ich nicht durch. Nein. Ich will hier durch. Hier ist Exit. Lauf nach unten, ruhig. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Also, wir haben Strom... Warum hilfst du mir denn nicht, wenn du... Dumme Socke, Alter. Noch ne Batterie. Okay. Batterien sind wichtig. Richtig und wichtig. Hä? Kann ich hier einfach wieder raus? Nicht auf dem richtigen Weg gehobt? Wo bin ich denn hier? Lol. Okay, hier kann ich anscheinend... wieder raus. Dietrich erforderlich. Okay, dann gehen wir jetzt... hier wieder rein. Ich glaub, das brauch ich für einen späteren Zeitpunkt, glaub ich, ne? Also... Wenn ich... wieder... raus muss. Also, zurück. So, wir gucken jetzt erstmal, wo unser... Ach, da vorne ist hier unser... Sin... Nitch. Okay. Okay. Ich muss es gedrückt halten. Shit. Passiert doch gleich was, oder? Nein, eigentlich... Also, ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß, was wird passieren. Ich bin in deinen Schälen. Du musst das nicht machen. Use the key. Hab ich den noch... schon eingesetzt? Ne. Öffne das Tor. Finde den Schlüssel. Hinweis MTV. Hinweis Herz. Key. Key inside the body. Key inside the body. Jetzt ist doch jetzt nicht euer... Ist doch jetzt... Hinweis entdeckt. Alter, ist ja ein Herz auf seiner Brust. Halten, um Leiche zu durchsuchen. Das ist ja wunderbar. Hint ihr den Schlüssel? Was? Wieso alle Tore öffnen? Was ist denn mit euch? Nicht in Ordnung. Warum stand denn jetzt so viele... Woher ich auch gesagt habe... Es lieb! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wieso? Wollt ihr mich helfen? Ich schieb dich doch nur, ich bin doch völlig, ich mach doch nix. Schlüssel. Jetzt ist er schon wieder, jetzt ist der Nackte schon wieder hier. Ich hab nur gewissermaßen Ausdauer, mach hier auf, mach hier, gibt's hier jetzt ein Versteckmatt? Natürlich nicht. Ich will jetzt nicht aufbrechen. Ja, Versteckmatt. Oh, Stevie, warum? Warum spiel ich das allein? Ja, ist klar. Spiel macht Spaß. Wie gesagt, ganz toll. Ganz viel Spaß. Das ist ein Zahn. Also... Hase! Scheiße, jetzt bin ich da reingerannt. Ich weiß nicht, wie sie betreut hat, ich schütt. Es ist ein Illusion! Komm schon, Mann! Be cool! Ein weiterer Haus-Koll! Was? Haus-Koll? Ver-Verpiss dich! Okay, er ist weg. Also, glaube ich. Also, okay, ich habe den Hasenschlüssel gefunden. Oh, das ist der Zahnschlüssel? Ist ja auch egal, ich brauche den Mondschlüssel. Da ist jemand langgelaufen. Also, glaube ich. Denk ich. Oder? Wir nehmen mal einen Schluck Medizin. Okay, da ist noch eine Batterie. Hier brauche ich einen Dietrich. Hmmmm. Hase! Hase habe ich schon. Kann ich schon öffnen. Wunderbar. Aber wo ist denn der andere... Rotz? Hallo? Okay, da komme ich wieder nicht durch. Ist mir egal. Ich mache nichts kaputt hier. Ich mache auf jeden Fall nicht auf mich aufmerksam, wo ich gerade stecke. Ey, das könnt ihr vergessen. Hier war der Hase. Hier war der Hase. Äh, wo ist denn... Wo ist denn... Der andere... Wo ist denn... Der andere... War auch aufgemacht. Okay, cool. cool, 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 cool. Gott, der hat mich gerade kurz erschrocken. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Okay, warte. Nein. Nimm die große Batterie. So, jetzt kann ich nämlich die anderen Batterien nämlich wieder suchen und finden und mitnehmen. Ich glaube Batterie ist echt... Also, ich brauche auf jeden Fall eine Menge Batteries. Ich weiß nicht, wie es bei Stevie aussieht, aber ich bin der Batteriemann. I need this battery. Bist du hier? Peak. Hinweis entdeckt. Ich finde alles nur nicht den Schlüssel, den ich als... Brauche. Jetzt mal hier gucken. Oh, guck mal. Hier ist auch jemand, der... Oh, ist schön. Unterm Tisch. Schön, 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 schön. So, hier ist eine Falle. Also, will ich das jetzt... Mal sehen? Ah! What the fuck, Alter? Ach, ist ja klasse. Na, ist ja wunderbar. Ist ja... Ein Träumchen. So, ich habe, wie gesagt, alles gefunden. Nur nicht den Schlüssel, den ich brauche. Voll geil. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, äh... Suchen den anderen Schlüssel. Oh, hier ist noch was. Ist noch ein Hinweis. Ist die irgendwie verdrahtet? Nope. finished. Oh. Musste ich jetzt Peak finden? Ich dachte, ich muss einen... Anderen Schlüssel finden. Falscher Leiche. Ich wollte doch grad sagen, ich... ...muste doch einen ganz anderen finden. Ah, ist der Nackte! Welches muss ich jetzt finden? Äh... Mond. Mond! Hier, Mond. Jawoll. Ja, Mond. I have the Mond. Boah. Boah, wir sind im Sneak-Mode. Ich bin hier mal ganz kurz das hier oben. Nein. Nutz es doch. Ja, okay. Einmal gegengehe... Tito! Come here, you! Tito! Come here, you! Als ob der mich nicht gesehen hat. Halt deinen Maul! Kann ich dem einfach irgendwie... irgendwie den Mund stöpfen? Wurde das gehen? Ich hab versucht, ihn in einem Schwung quasi dahin zu bringen. Wurde das? Hat nicht geklappt. Schade. Wär auch zu toll gewesen. Hallo? Ach, da ist ne Puppe dahinten. Ich dachte schon gerade, was ist denn da jetzt schon wieder? Wir gehen wieder in den Sneak-Modus. Sneaky Pete. Hab ich noch ne Batterie? Ja, ich hab noch ne Batterie. Die zünden wir jetzt erstmal. Nehmen noch hier die Batterie mit. Hallo! Hallo! Ist jemand hier? Ich kann nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Dieses... Doch noch ist alles, äh, Gucci. Hallo? Hallo? Geh mal weiter. Geh mal nach da hinten. Okay, cool. Cool, 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 cool. Halt deine Schnurze. Halt dein Verdammt. Wenn ich jetzt wegen dir wieder einer auf die Fresse kriege. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Do think hurting me will get you out of this place? You pathetic shit. Where are cops going? You gullible ass. I'm gonna hurt you. I didn't want to. Oh, fuck. It's a thin blue line. Black man's asshole is mine. You hang in there daddy. I'll save you. Shit 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 shit. Ich hab'n Problem. Da ist ja der Nackte. Ich hab'n weiteres Problem. Das war die falsche Richtung. Da ist ja der Nackte. Ich hab'n's. Ich hab'n's. Als ob der mich jetzt hier nicht findet. Okay, er findet mich wirklich nicht. Jetzt ist aber die große Frage, also soll ich den jetzt brutzeln und kann ich das überhaupt alleine? Geht das? Oder ist das not even possible? Ja, ist das eine Flasche zum Werfen? Scheiße, ich brauche Heilo. Wo war der? Heilo? 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 Der macht nur einen Balken. Okay, wait. Wir nehmen uns jetzt Adrenalin, damit wir ein bisschen flotter unterwegs sind. Floddy Karoddy? Geil die Vastquad. Er wird zum Maul weg dir. Falsche Seite. Falsche Seite hab ich gesagt. Und sie kommen für dich. Lass es! Jetzt lässt der mich hier wieder nicht irgendwo... Komm ich spiel verstecken! Ist mir egal! Spiel verstecken! Komm hier hinten hin! Oh shit ich kann nicht mehr rein! Ausdauer! Ausdauer! Ich bin gleich wieder tot! Lass mich nicht rein! Wunderbar! Lass mich hier rein! Hier kann ich mich nicht verstecken! Oh hello! Ok einen Schlag halt ich auf jeden Fall so nochmal aus! Cool! Jetzt ist der schon wieder hier! Jetzt ist der mit dir verkehrt alter! Spawnst du hier? Wartest du auf mich? Was ist los mit dir? Ja, danke! 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 Wichtig! Ich bin nicht so clean! Boi! Euch war alle wichtig in der Verwaltung! Oh, oh. Well, you've been rehabilitated. Guilty. Yeah. Wir probieren mal aus, ob wenn wir... Wenn ich da leer mache, ob er nach da gerannt ist... Oh, oh. Geh! 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 Verlasse die Prüfung. Okay, mal gucken. Also so viel Ausdauer hast du ja nicht, das weiß ich. Oh, shit. Geh! 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 So, der Plan. Ich mein, ein paar Schläge kann ich ja kassieren, ne? Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich hier aus, äh, äh, Dingens-Bummens bin. Kann ich hier eigentlich nicht. Das bringt mir nichts. Weil. Ich komm ja... Ach, fuck, ey. Wuhu. So, kann ich hier zuschießen? Hey, 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 hey. That's not even close. To be honest, to be fair. Und ich hab kein Englisch, ist mir scheißegal. Ist ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, jetzt kann ich doch hier springen. Hallo. Du hast mir scheißegal, du kannst mich mal am Arsch decken. Ey, was? Okay, links, rechts. Drücken, nein, okay, doch nicht. Okay, nochmal, hier ist der Polizist. Okay, nochmal links, rechts. Ich hab's geschafft. Meine Fresse. Potenzieller Masochist, hoffnungsloser Fall. Ja. Und das war die erste Prüfung mit der, ich glaub, fast schlechtesten Note, die ich, die man bekommt kann. I don't know. Äh, ja. Wenn ihr weitere Missionen sehen wollt, lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen. Ich danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge Outlast Rides. Aber diesmal mit Stevie dann auf jeden Fall. Ich sag ihn erstmal. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020